Andechser werden wir da eigentlich unterstützt. Es wird eine Bodenprobe zogen und Andechser stellt dann uns auch einen Berater zur Seite, der genau analysiert, auswertet, was unser Boden noch braucht, was wir vielleicht als Bauern oder Laien jetzt nicht ganz so herauslesen können, um dem Boden noch das Restliche zu geben, dass er komplett fruchtbar ist.